Welche Marken trägst du sonst noch außer Ralf-Loreen? Das ist eine gute Frage. Was trage ich hier? Okay, das ist zufällig tatsächlich Ralf-Loreen. Dieser Pulli hier war richtig günstig. Oder was heißt richtig günstig? Aber es ist so ein Cashmier-Pulli, der sehr günstig war, weil er von keiner Marke ist. Anscheinend, weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber der Herrenausstatter, wo ich es gekauft habe, hat gemeint, in der Fabrik produzieren die ganzen, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie diese komplett teuren Marken alle heißen. Wir produzieren da alle, aber hier machen wir kein Label drauf, deshalb hat er nur 80 Euro gekostet. Hemden trage ich sonst neben Ralf-Loreen noch Van Laak. Die passen mir ganz gut. Ja, that's it am Ende des Tages. Ich habe auch ein paar Maßhemden, aber um ehrlich zu sein, von meinem Körper passe ich ganz gut in die normalen Hemden. Das heißt, Maßhemden müsste ich dann schon 300-400 Euro zahlen, dass das wirklich ein Unterschied ist von der Qualität her. Das muss jetzt nicht unbedingt sein in meiner aktuellen Situation. Als Gründer. Ansonsten, wenn ich mir überlege, eigentlich nur Ralf-Loreen. Ralf-Loreen, Schinke, oder wie man das ausspricht, für Hosen finde ich ganz gut. Und sonst halt nochmal Ralf-Loreen. Ralf-Loreen, Schinke, oder wie man das ausspricht, für Hosen, Schinke, oder wie man das ausspricht, für Hosen, Schinke. Ralf-Loreen, Schinke, oder wie man das ausspricht, für Hosen, Schinke. Ralf-Loreen, Schinke, oder wie man das ausspricht, für Hosen, Schinke.